Willkommen beim C-Cup von Comedy Central, der qualitativ hochwertigsten Fußballveranstaltung aller Zeiten. Zumindest was die Optik angeht. Da können die Jungs von 1988 mit ihren Fokuhila Friesen nicht mithalten. Ob sich die Irinnen auf dem Feld so nobel geben, wie ihre Haut blass ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gegen die kroatischen Klapperschlangen müssen sie auf jeden Fall alles geben. Besonders aufgefallen bei der kroatischen Mannschaft ist mir die Torfrau Adriana. Durch ihre positive Ausstrahlung natürlich. Und im Training habe ich gesehen, sie hat die Bälle auch im Griff. Beim irischen Team sticht Ciara heraus. Und das, obwohl ihre Familie seit Generationen aus Limerick stammt. Ich kann es mir nicht erklären. Mein Name ist Florian Simbeck. Ich würde ihm raten, dann zu bleiben. Denn die irische Torfrau Katie zeigt zuerst einen tollen Catch of the Day gegen Mila und versenkt dann ihren eigenen Elfmeter unhaltbar im Netz zum 3 zu 1. Auch wenn Klapperschlange Adriana nach einem Tipp ihres Trainers noch den Anschlusstreffer erzielt. Die Irinnen gewinnen mit 3 zu 2. Das freut auch Giovanni Trapattoni. Sehen Sie heute Abend ab 21.30 Uhr beim C-Cup auf Comedy Central bei der Partie Ukraine gegen Schweden. Stay tuned und tschüss. Bier nicht vergessen.